In der Heil-Eurythmie wird eine Erkrankung als Ungleichgewicht der leiblichen, seelischen und geistig individuellen Ebene des Menschen betrachtet. Gezielte Bewegungsübungen sollten dieses Ungleichgewicht wieder in ein harmonisches Gleichgewicht bringen. Die heil-eurythmischen Bewegungen beeinflusst das Empfinden des Patienten von außen nach innen. Simone Zeringer hat die Heil-Eurythmie studiert und erzählt von ihren Erfahrungen. Ich habe die Eurythmie erst kennengelernt, als meine Tochter jetzt seit neuestem in die Rudolf-Steiner-Schule gegangen ist. Und du hast aber eine Form, eine Therapieform entwickelt. Und ich möchte schnell das vorlesen, was du hier auf dem Buch geschrieben hast. Der Titel heißt Stärke deine Lebenskraft mit Eurythmie, Erschöpfung, Migräne und Ängste überwinden. Das ist so ein starker Titel. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Priscilla. Danke. Ja, was hat dich dazu geführt, dieses Buch zu schreiben, was übrigens sehr schön gemacht ist? Viele Fotos und Übungen. Wir werden die Übungen in einem Folgewideo auch noch machen. Da freue ich mich schon drauf. Was war dein Weg dahin, in diese Lebenskraft? Ja, ich habe als ich Kind war und später als Jugendliche einfach nie genau gewusst, was ich machen will. Mir war Rhythmus immer sehr wichtig und Tanzen, Bewegen. Aber irgendwie gab es da eigentlich, ich kannte Eurythmie auch nicht wirklich aus der Schule und später bin ich dann auf wundersame Wege dahin geführt worden, die Eurythmie dann zu studieren. Also ich war dann noch in meinen Anfang 20ern. Und um die Eurythmie-Therapie zu erlernen oder die Heil-Eurythmie, wie es so schön heißt. Das ist hier in der Schweiz auch eine registrierte Methode, eine anerkannte Methode. Und da habe ich auch ein Master of Arts gemacht in dieser Therapieform. Also die ist auch wirklich nachgewiesen, wirkt das auch. Und das wissen wir ja auch heute, dass die Bewegung auf die Seele oder auf die Psyche eine Wirkung hat. Und wir haben da in der Eurythmie so ganz besondere Bewegungen, die auch auf bestimmte Dinge einfach wirken. Und da bin ich dann dazu gekommen und schreiben tue ich sowieso gerne. Und deswegen bin ich dann zu diesem Buch auch gekommen, das schreiben zu dürfen. Ja, mega. War es für dich, hattest du irgendeine Veränderung gemerkt? Weißt du, für dich war es jetzt ein Studium, aber so ein praktisches Studium hat ja einen enormen Impact auf die eigene Entwicklung. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte als Jugendliche durch frühere traumatisierende Erfahrungen einen sehr schwierigen Weg, einen sehr schmerzhaften Weg, eigentlich von der Geburt an, in ein schwieriges Leben reingekommen. Und beim Eurythmie-Studium, ich habe vorher schon viele Jahre, bevor ich zur Eurythmie gekommen bin, meditiert, bin zur Meditation gekommen. Und beim Eurythmie-Studium habe ich eben gemerkt, das bringt mich noch mehr als die Meditation zu mir über die Bewegung. Und ich habe wirklich angefangen, warme Füße zu bekommen. Ich habe immer unter kalten Füßen gelitten, was übrigens ein Zeichen dafür ist, dass man nicht geerdet ist, wenn man kalte Füße hat. Und Erden ist so, so wichtig, weil wenn du was manifestieren willst, wenn du bei dir bist, dann bist du warm automatisch. Und wenn die Füße kalt sind, dann bist du wie nicht hier, dann fehlen dir Wurzeln. Und das ist so wichtig, dass wir das stärken und dass wir das haben. Und die haben mir früher so viel gefehlt. Und die sind einfach wirklich kräftig dadurch geworden, durch dieses Eurythmie-Studium. Also es war auch ein Selbststudium. Hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ja, das glaube ich, sonst wirst du heute nicht noch so begeistert. Und was ist so die Philosophie hinter der Eurythmie? Wo ist der Ursprung? Wie kam es dann schlussendlich zu diesen Schlussbewegungen, die man tatsächlich auch mit dem Organ in Verbindung bringt, mit dem Lebensfluss? Also der Ursprung kommt von Rudolf Steiner. Der hat gesagt, wir brauchen eine Bewegung, die seelisch ist und keine seelenlose Gymnastik. Und er hat auch gesagt, das Yoga könnte sich dahingehend verändern, dass das mit mehr Seele gemacht wird. Und zwar mit dem Licht. Und das Licht, also er sieht, Rudolf Steiner hat die Bewegungen als Lichtbewegungen gesehen. Also wenn ich spreche, dann bewegt sich in dir was. Das sehen wir aber physisch nicht. Gedanken, Gefühle. Und so hat er das gesehen. Also wir bewegen praktisch in der Eurythmie mit der Vorstellungskraft, dass wir wirklich die Wahrnehmung in den Körper hineinrichten. Und das ist mit Licht gemeint. So hat eigentlich jeder, wir sind heutzutage in einem Lichtzählenprozess. Und so hat jeder wie so seinen eigenen Projektor in sich. Und du entscheidest, wo lege ich meinen Scheinwerfer drauf, auf welches Licht. Und da gibt es natürlich die Natur und die ist in einem ganz besonderen Licht oder eben der Himmel überhaupt, wenn man rausgeht. Das hier ist ja alles Materie. Das haben wir erschaffen durch unsere Vorstellungskraft. Aber die Natur eben so im Einklang zu sein und auch mit ihr im Einklang zu sein, ich denke, das ist so der Ursprung und die Idee dahinter, das sozusagen über die Bewegung, von einer äußeren Bewegung nach innen hineinzunehmen. Ja, spannend. Es ist alles Bewegung. Ich habe das erst gemerkt, der Unterschied zwischen Schmerzpatient sein, wo eben alles so zusammenkrampft die ganze Zeit und einfach so viele Emotionen und Gefühle, also nicht nur wirklich grobstoffliche Giftstoffe, sonst auch das Feinstoffliche, sich im Körper manifestiert. Und durch diese Reinigung durften nicht nur die Giftstoffe losgelassen werden, eben das grobstoffliche, sonst man merkt auch, dass das Feinstoffliche ja rausgehen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine äußere Bewegung diesen inneren Fluss auch anregt. Also ist das in etwa so? Ja, genau, über die Gedanken und über die Gefühle. Weil wir sind ja auch ein Wasserkörper. Und wenn wir unsere Gedanken bewusst einmal führen am Tag und das natürlich trainieren über einen längeren Zeitraum, eben über rhythmische Wiederholung, drei Monate lang, dann wirkt das auf unser Unterbewusstsein. Und wichtig ist es aber, und das möchte ich hier gern dazu sagen, das in kleinen Schritten zu tun, wenn man was verändern will. Also wenn man in so einer Krampfsituation drin ist, dass man nicht erwartet, dass es sich sofort auflöst, sondern dass die Entwicklung eigentlich immer so ist, dass es auch immer wieder Rückschritte gibt. Und dann wieder weiter und dann wieder ein Rückschritt. Also es geht eigentlich nie kontinuierlich einfach nur bergauf, sondern man hat eben mit diesen Rückschritten auch zu tun. Und dann ist es genau auch richtig wichtig, da dran zu bleiben und sich nicht aufzugeben. Und ja, ich denke, das ist auch eine gewisse Art von Training eben für die Gedanken und die Gefühlswelt, dass man sich das auch wirklich bewusst macht. Und nochmal zu dem Wasser. Cheers. Ich trete mal einen Schluck. Gute Idee. Danke. Da ist es eben so wichtig, diese guten Qualitäten mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob du von der Studie gehört hast aus Japan, wo man herausgefunden hat, wenn man beispielsweise eine Karte drunter legt mit Danke oder auf die Flasche Liebe oder so schreibt, dann ist das Wasser unter dem Mikroskop, hat das wunderschöne kristallartige Formen. Und so ist es auch mit unserem Körper, mit unseren Gedanken, wenn wir hier was Gutes hineingeben, dann verändert sich unser Körper über das Blut, über den Wasserkörper eben das fließende Element, das sozusagen durch den ganzen Körper, durch die ganzen Zellen weitergegeben und durchgebracht wird, weil es ja überall durchfließt, können wir sozusagen auch zu dem werden, zu diesem wunderschönen, kristallartigen, was wir unterm Mikroskop dann sehen. Und aber wenn wir natürlich immer wieder Schlechtes denken oder Hass auf so eine Flasche schreiben oder Verurteilung, und wir verurteilen uns ja ständig selber, ohne dass wir es merken, weil wir 95 Prozent unbewusst sind, dann hat es sehr eine schlechte, sieht es sehr schlecht unter dem Mikroskop aus, die Formen, dann ist es so verklastert und einfach nicht mehr so schön. Ja, das ist mega spannend, ich habe da auch mal eine Doku geschaut, Wasser als Informationsträger. Genau. Und wenn man eben bedenkt, dass wir mehrheitlich aus Wasser bestehen, dann wird einem klar, wie wichtig das ist, was wir für eine Botschaft signalisieren, im Außen und im Innen. Ja, spannend. Also wenn du so weitererzählst, kriege ich natürlich immer mehr Lust, nachher die Übungen mit dir zu machen. Sehr gerne, ich freue mich sehr. Ja. Was würdest du sagen, war so die größte Erkenntnis für dich als Therapeutin? Aus dem Kopf zu kommen, ins Herz hinein. Und zwar, wir benutzen ja den Kopf, wir sind von klein auf drauf konditioniert worden, den Kopf zu benutzen in der Schule, das Schulsystem, überall. Und ich sehe das so, dass der Kopf, oder nicht nur ich, wahrscheinlich viele andere auch, eigentlich zweitrangig ist, der ist wie ein Diener vom Körper. Also natürlich ist es wichtig, auch das Gehirn zu haben und dass es gut funktioniert. Aber letztendlich, du kennst es sicher auch, wir verurteilen uns so oft, wir denken, du ertappst dich sicher auch manchmal dabei, wenn du schlechte Gedanken hast. Oder einfach auch dieses, dass der Kopf einfach alleine funktioniert, ohne dass man drüber nachdenkt. Und da passieren manchmal Sachen eben auch, weil wir miteinander so verbunden sind, über die Spiegelneuronen. Dann nehmen wir Sachen auf, die wir vielleicht gar nicht wollen. Und deswegen ist es so wichtig, auch wieder wirklich ins Herz zu kommen, um zu verstehen, was ist meins und was will ich. Und deswegen ist es so wichtig, einfach täglich auch mal fünf, zehn oder 15 Minuten, es ist egal, was man macht, es gibt viele, viele tolle Methoden, aber wirklich so diesen Fokus zu haben, dieses zu steuern. Und das hilft einfach so viel, nachhaltig wirklich mehr bei sich anzukommen und zu spüren, was tut mir gut und was nicht. Und das ist bei den meisten Patienten eben dann der Fall, die zu mir gekommen sind, die sich selber einfach nicht mehr spüren. Und dann entstehen alle möglichen Arten von Krankheiten. Das ist natürlich immer individuell mit der Geschichte verbunden dann. Ja. Und von dem Krankheitsprozess, das ist ja auch unglaublich wertvoll, gerade als Schmerzpatient, wo man so lange sich abgespalten hat von seinem Körper und versucht hat eben, der Teil gehört nicht zu mir, da wieder in Beziehung zu treten und zu sagen, ah, wow, so ist es schön, so kann ich mit dir zusammenarbeiten. Wie ist es da, wenn jemand noch sehr in einem Schmerz lebt mit den Bewegungen? Das kann auch sehr schwierig sein. Also es gibt auch Menschen, die dann wirklich gar nicht wollen, das habe ich auch schon erlebt, die das gar nicht anschauen wollen, die sich eigentlich auch nicht sich abgrenzen können, die alles auf sich beziehen. Und das kann dann schon auch schwierig sein. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ist, dass man wirklich auch offen ist, weil das ist der Anfang von Heilung. Und heilen tut man letztendlich immer nur selber, sich selbst und nicht jemand anders kommt und heilt dich. Es gibt da Wegbegleiter, verschiedene Methoden und, aber es ist wichtig, dass jeder genau das macht, was für ihn so der richtige Weg ist. Und der erste Impuls, eben diese Öffnung, ich will gesund werden oder ich will mich wohlfühlen, ich wünsche mir, dass es mir gut geht, und das ist schon mal der erste Schritt dahin. Und dann kann sich das alles schön im Fluss dahingehend entwickeln, mit natürlich immer wieder Rückschlägen, die ganz normal sind. Und was auch wichtig ist zu wissen, dass es Rückschläge gibt, weil dann kann man einfach, je öfter man sie erlebt hat, besser damit umgehen und weitergehen. Weil wir alle haben Rückschläge, jeden Tag. Oder jede Phase, Krise, kennen wir alle. Ja, dieses Ja, das ist natürlich der grundlegende Punkt der Selbstheilung, ein Ja dafür zu finden, zu sagen, ja, und ich strecke mich auf nach dem, was alles möglich ist. Und das hat immer mit einem Selbst zu tun, ja. Ein Ja zu dir selber, genau, ein Ja zu mir selber, ja. Ich will. Ja, und auch ein Vertrauen in seinen Körper, um zu sagen, du machst das schon richtig, weißt du, dass der Körper nicht mehr der Feind ist, sonst, dass man da in so eine Partnerschaft reinkommen darf. Und ich denke, ich komme ja aus der Tanzrichtung, dass es ja im Tanz ist immer eine Beziehung. Also, ob man was mit den Händen macht oder so, ist es ja immer eine Reflexion, Energie zusammenbringen. Und ja, das ist für mich eigentlich Heilung. Heilung heißt ja Ganzwerdung. Also man nimmt wirklich alle Aspekte wieder zusammen. Und Krankheit ist Trennung. Und ja, dieser Schritt, das wieder zusammenzuführen, da freue ich mich schon drauf, auf das Video, was wir machen. Ich bin richtig gespannt. Ich habe das noch nie gemacht, Eurythmie. Schön, ja. Ja, und Vertrauen, da gibt es eben auch, das ist so der hintere Raum in der Eurythmie. Also der Rücken, das Rückgrat. Und das kommt auch wieder nicht von heute auf morgen. Also ich erkenne das zugute, dass ich auch sehr, sehr viel daran gearbeitet habe, mir selbst zu vertrauen, eben dieses Selbstvertrauen zu finden. Und sowas kommt nicht von alleine. Und eben diesen Mut auch zu haben, da zu stehen, eben mit dem Rückgrat und sich nicht zu verstecken, das ist einfach auch ein Prozess und eine Entwicklung, der man sich Zeit geben darf. Und so wie es kommt, alles gehört dazu. Und einfach wirklich, ich vertraue und nicht irgendwie zu viel auf einmal wollen. Ja. Ja, schön. Was würdest du als Abschlussermutigung mitgeben, wenn jemand zuschaut und sagt, ja, aber ich bin, ich habe so viel Negatives mit meinem Körper erlebt. Das fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, da in Frieden und in eine friedliche Bewegung reinzukommen. Wirklich die Wahrnehmung in den Körper hineinrichten und liebevoll mit sich sein. Denn Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Das wissen wir, stärker als Angst. Liebe ist Licht. Und Liebe ist Leben. Licht ist Leben. Und das würde ich der Community gern mit auf den Weg geben oder die, die zuschauen. Einfach wirklich, sei lieb zu dir selber. Und nimm dich so an, wie du bist. Aber das wissen wir ja eigentlich. Wir vergessen es nur so oft und tun es dann manchmal einfach auch nicht. Ja, aber man muss auch sagen, wenn man so jahrelang in einem Schmerz gefangen war, dann hört man das, ja, es ist Liebe und Verbundenheit, aber das sitzt halt so tief. Ähm, das, ja, braucht so kleine, kleine Baby-Schritte. Und ich denke, da gehen wir nachher rein im Folgevideo. Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich da reinkommen kann. Ja, vielen Dank, Simone. Das Buch verlinken wir natürlich auch unten. Also für alle, die sich mega interessieren, stärke deine Lebenskraft, mega spannend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und das ist ein Übungsvideo. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Ciao.